Normalerweise ist Elefant, Tiger und Co. hier im Leipziger Zoo unterwegs. Aber heute schauen wir über den Tellerrand hinaus. Wir verlassen also sozusagen unsere gewohnte Umgebung und machen eine Rundreise durch die Tierparks und Zoos in unserer Region. Und damit Hallo und herzlich willkommen zur großen Zoosafari. Wir sind zu Gast bei diesem ungewöhnlichen Gesellen in Chemnitz. In Erfurt schauen wir bei der Geburt eines kleinen Elefanten zu. Wir füttern die hier in Zellermelis in einem 1-Millionen-Liter-Becken, treffen den Herren von 1000 Toren und Türen in Magdeburg, retten in Görlitz Störche und sehen einen ganz alten Bekannten wieder. In Gera treffen wir die hier aus dem ganz hohen Norden, in Dresden diese Schönheiten und gehen in Halle zur Schule mit dem kleinen Elefanten-Mädchen Elani. Wir fangen gleich groß an in Erfurt. Flächenmäßig ist der Zoo dort doppelt so groß wie der hier in Leipzig. Deutschlandweit sogar der drittgrößte. Nur Nürnberg und der Tierpark Berlin sind noch größer. Und es gibt eine schöne Gemeinsamkeit zwischen Leipzig und Erfurt. In beiden Zoos kamen in diesem Jahr kleine Elefanten zur Welt. Im August eine Geburt hier im Elefantenhaus in Erfurt. Ronja Siegmund, die Tierpflegerin, und Zoodirektorin Sabine Merz schauen sich zwei Wochen danach noch einmal die Bilder an. Ayouka kommt auf die Welt. Jetzt kommen nämlich hier gleich die Füße zum Vorschein. Da, das hat gerade einen Plopp gemacht. Und jetzt ist sie eben zum Glück in so eine Bewegung gegangen. Und dadurch fällt es jetzt raus. Und das war ja für uns eigentlich der kritischste Moment, wo sie dann voll Überraschung, was ist denn das? Und ist das jetzt gefährlich? Ein heikler Moment. Alle angespannt. Wir standen alle zu dritt hier im Büro, wo die Kameras auch sind am Laptop. Und haben drauf geschaut. Und wir sehen, Schupa rennt schon, legt sich immer wieder hin, ist ganz unruhig. Und dann fällt es auf einmal raus. Und alle, oh, es ist da, es ist da. Und dann muss jeder Handgriff sitzen. Oh, ein eingespieltes Team. Schnell noch das ganze Schleimzeug aus der Nase, aus dem Rüssel rausholen, aus dem Mund rausholen. Jetzt gibt es schon die Erstuntersuchung. Und das ist schon fantastisch, wie schnell die kleine Madame da innerhalb von wenigen Minuten dann steht. Ganz schnell muss das Elefantenbaby auf die Beine kommen. Das ist lebenswichtig, aber anstrengend. Die hatten auch ganz schön zu tun. Also 114 Kilo trotzdem auf die Beine zu bekommen, zu dritt. Die haben ganz schön geschwitzt. Die Männer haben jetzt quasi das Kalb aufgerichtet. Und es muss so schnell wie möglich laufen lernen, weil Elefanten im Liegen Schwierigkeiten haben zu atmen. Das ist ganz was Besonderes mit der Lunge. Die Lunge ist beim Elefanten nicht wie bei uns frei flottierend im Brustraum, sondern die ist fest getackert an der Brustwand. Das heißt, der Elefant muss stehen, um wirklich seine Rippen auseinanderbiegen zu können. Und das Laufen aktiviert natürlich auch die Kreislauffunktion, das Herz und das Schreien, was wir eben gehört haben, war also wirklich auch schon eine sehr gute Sache. Das, was die Männer mit den Tragegurten gemacht haben, machen normalerweise eben die Tanten mit ihren Rüsseln. Dann wird das hochgehoben und gestützt. Und jetzt muss es dann laufen lernen. Und das hat dann auch gleich super geklappt. Alles gut gelaufen. Die Elefantengeburt war schon das Highlight, wo ich dabei sein durfte. So Abenteuer erlebt man immer in der Ausbildung, weil man ja ganz viele verschiedene Bereiche durchläuft. Aber das, das war wirklich eins der besten Momente. Na, hallo. Ja, willkommen im Leben. Und gleich schon darf die kleine Ayoka raus auf der Anlage. Und für einen kleinen Elefanten ein großer Schritt. Die Löwen im Erfurter Zoo. Zwei Weibchen und ihr Mann, Aslam. Der Macker hier. Und Aslam, der muss jetzt gleich zum Training. So, der Trainingskläger ist ein anderer als der Rufkläger. Sabine Fuß ist hier in Erfurt für die Löwen und die Hyänen zuständig. Eine erfahrene Pflegerin. Jetzt Morgenroutine. Target-Training. Aslam. Mit ihm, ja. Target. Komm hier. Target. Target. Ja, guter Wein. Prima. Und zur Belohnung? Target. Fleischbonbons. Sabine macht das Training noch gar nicht so lange. Das machen wir eigentlich, um besser handeln zu können. Dann ist so ein Medical Training, also für Behandlung, das lässt er sich zwar von mir gefallen, aber wenn die Tierärztin dabei ist, noch nicht. Also so weit sind wir noch nicht. Bis man so weit ist, was man haben will, das dauert eben. Komm mal hier, komm mal hier. Fein, der Gute. Und jetzt wird es doch schwieriger. Daumen. Aslam. Aslam. Soll sich hinlegen. Aslam. Daumen. Daumen. Na, geht doch. Und das war jetzt wegen uns. Komm her, ist gut. Komm her. Aslams Training ist jetzt vorbei. Nun wird sich Sabine um ihre Lieblinge kümmern. Um die hier. Wie bereits erwähnt, der Thüringer Zoopark Erfurt ist riesig. Er nennt sich auch der Zoo der großen Tiere. Fast 63 Hektar. Umgerechnet 88 Fußballfelder. Ordentlich. Und dennoch direkt am Stadtrand. Perfekt für Tiere, die sehr viel Platz brauchen. So wie die hier. Die Bisons. Eine stattliche Herde. Auf der Afrikasavanne 2011 eröffnet. Da leben Impalas und Rappen Antilopen gemeinsam mit Zebras und Straußen. Auch hier viel Platz. Da kann man sich aus dem Weg gehen. Besonders beim Fressen. An manchen Orten kann man aber auch ganz nah an die Tiere heran. Am Berberberg. Und im Lemurenwald. Ein besonderes Highlight sind die Breitmaul-Nashörner. Hier gab es vor zwei Jahren Nachwuchs. Das ist Keanu. Geboren am 29. Dezember 2018. Unser erster Nashörn-Nachwuchs seit langer Zeit gewesen. Also seit 2009. Elf Jahre gab es hier keinen Nachwuchs. Umso größer war natürlich die Freude. Breitmaul-Nashörner vom Aussterben bedroht. Erfurt, der Zoo der großen Tiere. Und natürlich auch der kleinen. Die gibt es ja auch. Die Erdmännchen. Die riesige Elefantenanlage des Erfurter Zoos. Ein kleines Elefantenmädchen darf sie nun erkunden. Ronja lässt jetzt Ayoka raus. Jetzt kommt sie. Nur Mut, Ayoka. Die kommen jetzt gleich zur Tür raus. Aha, Mama Chupa kommt zuerst mit dem Kleinen. Oder mit der Kleinen. Gefolgt von Chami, das ist die Tante. Und die Leitfuh kommt zum Schluss. Die Safari. Eine stolze Zoodirektorin. Zurecht. Mama Chupa will erst mal ein Schlammbad nehmen. Und so kommt Töchterchen Ayoka auch in den Genuss. Unfreiwillig. Aber das ist ja nur gut für die Kleine. Die Körperpflege ist natürlich auch sehr wichtig bei Elefanten. Gerade bei so heißen Tagen. Viele Insekten fliegen rum. Und das macht sie ja richtig gut. Also auch das Kleine hat ja auch noch eine viel empfindlichere Haut. Und dass man es immer wieder mit nass macht, mit besandet, mit Schlamm bespritzt. Dass es eben keinen Sonnenbrand bekommt. Und die Mücken nicht so dran gehen. Und das macht sie auch schon richtig gut. Und die Kleine gefällt es an der Hint. Ja, aber eigentlich will die Kleine viel lieber an Mamas Brust. Hat wohl richtig Durst? Die Kleine Ayoka. Die Kleine versucht natürlich immer wieder an die Brust dran zu kommen. Und wenn dann natürlich immer Schlamm und Sand hingeschleudert wird, ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber muss halt kurz warten. Aber ist ja ein kleines ungeduldiges Ding. Man möchte ja jetzt gerne trinken. Ayoka. Das Highlight dieses Jahr hier in Erfurt. Die Hyänen. Gleich dürfen sie raus. Aber erst tägliche Routine. Sabine muss noch was checken. Dass alles in Ordnung ist, dass die Tiere keinen Blödsinn machen können, dass es nicht eine Masche gelöst hat, dass also mit dem Netz alles in Ordnung ist. Aus Sicherheitsgründen. Alles tut die Paletti. Jetzt dürfen sie raus. Das sind meine absoluten Schätzchen hier. Schon immer. Das ist Mauco. Der ist aus Leipzig. Mauco, mein Kleiner. Es gab hier zwischenzeitlich nur noch eine Hyäne. Und da haben wir dann überall rumgefragt. Wir hatten einen jungen Mann. Wir hatten einen jungen Mann. Und dann hat Leipzig gesagt, wir haben. Ja, und dann haben wir ihn geholt. Und seitdem sind die ein Herz und eine Seele, die zwei. Das ist nicht selbstverständlich. Wir hatten vorher schon mal einen vor ein paar Jahren. Den hat sie böse gebeutelt. Also sie. Aber ihn ohne einen einzigen Kratzer ist das abgegangen. Der Leipziger hat hier bei Sabine in Erfurt seinen Glück gefunden. Mit seiner Gespielin. Einer, der lange hier in der Tierklinik gearbeitet hat, hat übrigens seine Tierpflegeausbildung in Erfurt gemacht. Langjährige Zuschauer von Elefant, Tiger und Co. werden wissen, um wen es geht. Professor Eulenberger. In mehr als 300 Folgen der Sendungen hat er uns einen Einblick in seine Arbeit als Zootierarzt gegeben. 2009 ging er dann in den wohlverdienten Ruhestand. Aber wer jetzt denkt, dass er seitdem ganz still auf seiner Veranda sitzt, der hat sich getäuscht. Einmal die Woche sieht man ihn mit seinem Auto durch den Zoo fahren. Den Rentner auf dem Weg zur Arbeit. Zur Hobbyarbeit. Aber regelmäßige Hobbyarbeit. Ja, das ist so Tradition geworden, wenn ich komme aus dem ländlichen Raum, wo viel Grünes wächst, da muss ich dann ausgesuchte Pflanzen für spezielle Fresser mitbringen. Und ja, die meist schon wissen, wenn sie das Auto sehen, dass da was da ist, werden sie sich hier gleich einfinden. So, das erste Mal ist hier Tierpfleger. Das sind die hier. Oh, der ganze Kofferraum voll mit gutem Zeug. Das Immunsystem stärkende Mähdisease. Na, für den Brennnessel. Schützdesign, Mähdisein auch gut. Na. Maik verteilt die Beute. Das ist erstmals hier für die Ursons. Ja, die kriegen ganz spezielles Rosenlaub, was die offensichtlich besonders mögen. Alles handverlesen. Das kommt alles aus meiner Garten und Umgebung. Da wächst vieles wild. Na ja, und gerade diese wilden Rosen hier, die scheinen besonders schmackhaft zu sein und im Sinne von Bio auch sehr gesund. Und nun zeigt Maik dem Professor, was es Neues gibt. Nachwuchs. Ja, es sieht fast aus wie tot, aber das lebt. Das sonst ist... Wann? Gestern geboren? Gestern ist es geboren, ja. Ist dann das Zweite, dieses Jahr? Das wurde vorhin dieses Jahr und das Erste, wie gesagt, von der Felicitas. Jetzt, yeah. Jetzt ist es abgeweckt. Der erste Blick. Was ist es? Junge oder Mädchen? Sieht so aus. Ja, ein Junge. Doch. Mädchen. Doch, Mädchen. Ja. Das ist auch eine schöne Herde jetzt. Auch von der farblichen Zusammensetzung her. Jetzt kommt ein neuer Hengst rein, wird sich das nochmal etwas verändern. Die sind ja auch eine Rarität für uns. Die Darwinandus. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir die so schnell bekommen können. Übrigens aus Halle und aus Leipzig. Zwei Herr Lenzer und ein Leipziger. Er hat immer noch gute Kontakte in seine alte Heimat, der Professor. Und da kommt auch schon ein weiteres Tier aus dem Leipziger Zoo. Der Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna ist der kleinste unserer neun Tierparks und Zoos, die wir in diesem Jahr besuchen. Klein, aber fein. Und er hat ein Hauptthema. Amerika. Und zwar Nord und Süd. Langfristig sollen hier die meisten Tiere von dort kommen. Neu gegründet wurde 2010 Klein Arizona mit Tieren aus der Gegend. Der amerikanische Truthahn, die größte Art der Hühnervögel. Die Nasenbären, die leben auf dem ganzen amerikanischen Kontinent, vom Südwesten der USA bis runter nach Argentinien. Der Mähnenwolf, der größte Wildhund Südamerikas. Die großen Maras aus Argentinien. So eine Art Riesenmeerschweinchen. Sie alle sind Vertreter der amerikanischen Kontinente. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Arten. Insgesamt 60 an der Zahl. Beeindruckend, die schottischen Hochlandrinder. Das ist die älteste registrierte Viehrrasse. Die Girgantaner Zege benannt. Nach einer Stadt in Sizilien. Und der ganze Stolz, diese neu gebaute, große, begehbare Anlage. Pinguinland. 2016 eingeweiht. Mit den Humboldt-Pinguinen. Und es gibt keine Erdmännchen. Aber ihre nahen Verwandten, die Zebramangusten. Benannt nach ihrem Fell. Das Flamingoland. Ein weiteres Highlight im Amerika-Tierpark. 2013 eröffnet. Der Professor und Maik schauen auch hier nach dem Rechten. Hier sind wir im Flamingoland, haben wir das genannt. Weil es schwierig war, eine bestimmte Landschaft in Südamerika festzulegen. Es ist sozusagen eine Feuchtgebietlandschaft Südamerikas und Mittelamerikas imitiert. Und wir haben auch ausschließlich Tiere aus dieser Region hier. Natürlich dominieren die Kuba-Flamingos oder Roten Flamingos auch genannt. Die auch schon hier intensiv gebrütet haben. Ja, ansonsten sind hier drin eben 60 verschiedene Vögel und 20 Arten. Auch auf das Balzverhalten der Vögel wurde Rücksicht genommen. Dieser Steg, der ist deswegen angebracht worden, um den Männern die Laugh-Paret zu ermöglichen. Also die Balzparade, um die Weibchen entsprechend zu simulieren, für sie sich einzunehmen. Oh, der Laugh-Paret-Steg. Das ist der, der sich quer dort rüber geht. Der trennt faktisch die Süßwasserabteilung, rechts und links, das Süßwasser und das Salzwasserabteilung. Und weiter geht's. Heute ist ein großer Tag. Ein neues Tier aus Leipzig ist da. Ein Wasserschwein. So, die kleine Maus. Hast du Lust, oder nicht? Ansonsten lassen wir die Kiste stehen. Die haben gesagt, du lässt dich kraulen. Aber nicht von jedem. Das macht sich gut in der Anlage. Es versteckt sich. Weg ist er. Da kommt noch ein Stück vor, da sind genug Brennnesseln. Da kannst du verstecken. Nee, ist ja ein Wasserschwein. Und? Macht dem Namen alle Ehre. Tschüss. Unsere nächste Station, der Zoo in Dresden. Einer der Ältesten in ganz Deutschland. Und in Dresden lebt ein Bewohner, der von hier aus, aus dem Gondwanaland in Leipzig, in den Dresdner Zoo umgezogen ist. Aufmerksame Elefanttiger und Co-Zuschauer werden natürlich gleich merken, um wen es geht. Wir beginnen allerdings bei den Koalas in Dresden. Sydney, die Koala-Dame. Etwas verpennt. Aber die muss gleich wach werden. Und das ist jetzt der Eucalyptus für die Sidney, die heute auf die Ausanlage kommt. Heute ist jetzt der Wetter recht schön. Da kann man der das mal gönnen, dass die sich auf die Sonne mal ein bisschen genießt. Und da habe ich jetzt so zwei Sorten. Das ist einmal der Amplifolia, der da drüben steckt. Und dann hier auf meiner Seite, das ist der John Stoney. Bevor Olaf Sidney nach draußen bringt, hat er aber noch was anderes mit ihr vor. Alles schick. Hey, kleine Maus. Na, komm mal her. So. Komm mal her. Und, ups. Nicht damit der Leiber auf den Fall. Fein. Kleine Maus. Können wir wiegen, ne? Neuschen. Jo. Sidney, hier. So, fein. Ja, das ist für die Sidney so fast so ziemlich ein Höchstgewicht, so 5.455. Also viel mehr hat sie eigentlich noch nie gewonnen. Nachtigall. Ich hörte Trapsen. Das war's im Busch. Die Nacktmulle im Dresdner Zoo. Nicht ganz so von der Natur gesegnet. Kaum jemand kennt sich so gut aus mit Nacktmullen wie Christiane Krönke. Absolute Expertin auf dem Gebiet. Fast 80 Prozent aller Nacktmulle in Europa kommen hier aus Dresden. Seit 2003 wird mit Erfolg gezüchtet. Seit dieser Zeit haben wir bereits 20 Gruppen abgegeben. Das heißt, Großbritannien, Frankreich, Italien, Lettland. Ich weiß, dass von Großbritannien weiter nach Dänemark abgegeben wurde. Wir haben Polen, die Tschechen. Also Schweiz. Das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt. Die Grundlagen für die Nacktmullhaltungen europaweit sind schon auf unsere Zucht zurückzuführen. Da sind wir auch eigentlich sehr stolz drauf. Vergesst den Stollen. Dresdner Nacktmulle in ganz Europa. Also ich finde Nacktmulle wirklich schön. Es gibt ja aber auch die netten Spitznamen für Nacktmulle. Ich glaube, die sind auch bekannt. Säbelzahnwürstchen oder Penis mit Zehen. Was die Leute immer wieder zum Lachen bringt. Sagen wir mal, es sind gewöhnungsbedürftig aussehende Geschöpfe. Also ich sage immer, man muss wirklich ein gewisses Maß an Fanatismus mitbringen, um die Nacktmulle ordentlich zu halten oder mit Erfolg zu halten. Ein gewisses Maß an Fanatismus hat sich bei mir eben als Tattoo niedergeschlagen. Das ist auch eine Arbeit, die sicherlich kein anderer mehr auf dem Arm haben wird. Das einzige Nacktmull-Tattoo der Welt. Das hoffe ich. Christiane Weiß, der Nacktmull wird streiflich unterschätzt. Generell habe ich aber auch die Erfahrung mit Besuchern gemacht, wenn man mehr Einzelheiten zu dem Tier erzählt, über das Sozialverhalten, wie das Ganze miteinander funktioniert. Das Interesse auch bei den Besuchern wecken kann, dass sich auch der Blick auf das Tier bei den Leuten ändern kann. Wer am Anfang gleich gesagt hat, nacksche Maus oder was auch immer, der sagt dann, oh, sowas gibt's. Erzähl mal mehr. Und sie hat wirklich was zu erzählen. Die haben ein spannendes Sozialverhalten. Der Zoo Dresden, er liegt wunderschön gelegen im großen Garten, mitten in der Stadt und hat alles, was ein Zoo so braucht. Zum Beispiel die hier, die Afrikaner mit Bulle Tempo und Drumbo, Mogli und Savo. Die Orang-Utans in Dresden haben eine lange Tradition. Dresden war der erste Zoo in der Region, der diese Menschenaffenart hielt. Die Flamingos in ihrer Lagune. Der Karakal, der kommt mit ganz wenig Wasser aus. Die Pinguin-Anlage. Man kann ihnen von unten beim Schwimmen zuschauen. Die Geresas. Besonderes Merkmal, die haben kaum Daumen. Und dieser Schneeleopard. Er wurde wohl gerade von einer Mücke gestochen. Die Watussirinder. Fast so breit wie lang. Und natürlich dürfen die Giraffen nicht fehlen. Auch wenn sie ein bisschen kamerascheu sind. Löwen-Magnago, der König in Dresden. Und seine Gemahlin Leila. Die seltenen Gold-Takine aus dem Himalaya. Große Ziegen. Und natürlich der De Gaulle, der Sundaigavial. Quasi das Krokodil in Asien. Und na klar, die dürfen auch in Dresden nicht fehlen. Sydney hat ordentlich zugenommen. Gut. Und da sind wir auch sehr froh. Weil Sydney unter Umständen hier in ihrem Kleenbeutelchen ein Baby drin hat. Wir wissen das noch nie ganz genau. Also alles noch unter Vorbehalt. Aber ihr ganzes Verhalten. Und das spricht schon sehr dafür. Normalerweise ist Sydney so, dass die, sobald man zu ihr hinkommt. Oder in der Anlage sauber macht. Dass die direkt zu einem hinkommt. Und in der Verarmung kommt. Das macht sie momentan überhaupt nicht. Allerdings so eine wirkliche Schwellung vom Beutel. Kann ich jetzt noch nie hundertprozentig feststellen. Aber da ist manchmal auch der Wunsch der Vater des Gedanken, dass man schon was sieht. Aber wenn man überlegt, so ein kleiner Kaala, wenn der geboren wird, der ist so klem wie so ein Gummibärchen. Bis man dann in dem Beutel was sieht, da muss der schon erst mal ein Stückchen wachsen. Also da wage ich mich jetzt noch nie wirklich festzulegen. Aber wie gesagt, das Verhalten spricht schon eigentlich für sich. Oder für Sydney. Wenn man hier doch nur in den Beutel schauen könnte, dann könnte man es schon sehen. Das ist schon geboren. Das ist ein Beuteltier, der Kaala. Die Trächtigkeit 35 Tage. Und dann noch mal sechs Monate im Beutel nach der Geburt. Schneckelt. Du wirst ganz im Ungeduld. Wir gehen jetzt raus. So. Ja, komm rüber. So, gehen wir auf die Außenanlage. So, Süße. Komm. Na, schau mal an. So schön ist das hier draußen heute. Ja, fein. Na, das müsst ihr bloß loslassen hier, die Hand. Ein bisschen Sonne tut ihr gut. UV-Licht ist natürlich, wie für fast alle Tiere, ist das natürlich wichtig. Und für die Kaalas eben auch. Gerade in Australien ist ja nun nie gerade das Land, wo die wenigste Sonne gibt gerade. Nichtsdestotrotz, direkte Sonneneinstrahlung mögen sie nicht so. Erstens heizen die sich unheimlich oft. Man sieht das ja, die haben unheimlich dichtes Fell. Und in der Natur ist es ja auch so, dass die in den Baumkronen sitzen, so, dass das Blätterdach schon die direkte Sonneneinstrahlung schon was abschirmt. Und die dann schon ein bisschen Schatten haben. Deswegen haben wir hier auch so ein Sonnensegel drüber, weil die Anlage zum Teil ziemlich sonnig ist an bestimmten Zeitabschnitten. Und dann können die sich unter das Sonnensegel setzen. Und das nutzen die auch. Ich denke mal, da geht es hier ganz gut. Die macht sich wirklich super. Und vielleicht hat Dresden ja bald Koala-Nachwuchs. Aber das weiß nur sie. Die sind nähe. Christiane Krönke, die Expertin, was das Sozialleben der Säbelzahnwürstchen angeht. Die Nacktmülle unter Teilen ihrer Wohnbereiche eigentlich einfach erklärt wie wir in verschiedenen Zimmer. wird auch meistens immer so fest gehandhabt. Wir haben hier zum Beispiel die Küche. Das ist auch ausschließlich die Box, wo wir immer füttern. Auch wenn die Nacktmülle dann das Futter mit ins Schlafzimmer nehmen. Aha, aber das krümelt im Bett. Na ja. Dann haben wir zum Beispiel auch hier unten eine große Gemeinschaftstoilette. Das bedeutet, dass wirklich alle Tiere ausschließlich in dieser Kammer auf Toilette gehen. Die anderen Kammern sind mehr wie Durchgangszimmer oder ich sag jetzt mal Spielzimmer. Fast wie bei uns Menschen. Und Christiane kennt den Hintereingang zur Wohnung. Sie ist ja schließlich die Vermieterin. Das ist unsere Anlage von hinten. Von hier kommt man gut ran. Wir haben hier eben gerade zum Saubermachen die Möglichkeit, die Deckel auch mal abzunehmen. Das ist jetzt zum Beispiel noch die frische Toilette. Ihhh. Wo man eben auch mal an die Tiefe rankommt. Möglicherweise mal nachschauen kann, was es für ein Geschlecht ist. Hier würde ich spontan sagen, das ist ein Mädchen. Mädchen sind immer gut. Damit kann man dann neue Gruppen anfangen. Das kann man nicht oft genug erwähnen. 80 Prozent kommen hier aus Dresden. Die Stadt exportiert Schönheit. Das hier ist ein Tier, was auch schon älter ist. Aber wie man sieht, der ist etwas dünner. Der hängt ein bisschen hinterher. Das ist ein Tier, das mehr Stress abkriegt in der Gruppe. Und der hat wahrscheinlich das Ganze auch nicht so verarbeitet. Es ist ein softer Charakter, sagen wir es mal so. Donnerwetter. Sie ist auch noch Nacktmull-Psychologin. Spannende Tiere. Wer hätte das gedacht? Und haben Sie mitgeraten? Richtig, de Gaulle. Der Sundai-Gavial ist hier in Leipzig groß geworden und dann nach Dresden umgezogen. Übrigens wird hier, Sie hören es, im Leipziger Zoo immer noch kräftig gearbeitet. Und zwar am neuen Aquarium. Und damit sind wir schon bei unserem nächsten Thema. Es geht jetzt nämlich nicht in einen Zoo oder einen Tierpark, sondern in ein Meeresaquarium. Und das liegt in Thüringen. Genauer gesagt in Zellamelis. Und dort gibt es eine ganz besondere Attraktion. Nämlich das 1 Millionen Liter Becken für Zitronenhaie, Ammenhaie, Sandtigerhaie und Bullenhaie. Und für Sie kommt jetzt der Höhepunkt des Tages. Ein Mahl bereitet von Florian Landeck. Es gibt, wer hätte das gedacht, Fisch. Das ist Dorsch. Kommt aus unterschiedlichen Regionen, Ostsee bis hoch zu Russland. Es kommt immer darauf an, wo wir gerade herkriegen, welcher Händler eben gerade was hat. Ist nämlich nicht mehr so einfach mit dem Dorsch. Ich schneide dann quasi nur so kleine Taschen. Ich spicke da meine Medizin rein. Das reicht voll und ganz. Und dann markiere ich mir den Fisch noch. Damit ich dann von oben erkenne, für welchen Hai das ist. Mache mir jetzt zum Beispiel drei Kerben rein. Für das Sandtigerweibchen. Die die Herztabletten kriegt. Und dann folgt der immer gleiche Ablauf. Strömung aus. Und dann merken die, oh ja, 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 gleich gibt's was. Alles Gute kommt von oben. Strömungsausmachen ist für die schon das erste Zeichen, dass es jetzt gleich losgeht. Und ich muss dann einfach nur noch warten, bis die richtigen Haie kommen, eben wegen der Medizin. Weil ich muss immer auch aufpassen, dass die Haie nicht zu naheinander schwimmen. Weil wenn ich denen das dann vor den, vor die Nase werfe, fucken die zu. Und die unterscheiden beim Fressen nicht, ob es das jetzt Fisch oder ist das nur ein Hai. Florian muss genau treffen. Wer ist wer und wer kriegt hier was? Die Schwierigkeit ist quasi nur am Anfang jetzt zu gucken, dass jeder seine Medizin kriegt. Gerade das Sandtigerweibchen und das Zitronenweibchen, die die bestimmten Medikamente brauchen. Und ansonsten einfach abfüttern, wie sie Hunger haben. Okay, sie hat nicht zugebissen. Das passiert natürlich auch. Und das ist dann halt auch mit den Medikamenten ein bisschen schwierig. Dass die einfach nicht zubeißen oder daneben beißen, passiert auch. Wenn die jetzt so aufeinanderschwimmen, kannst du halt nicht füttern. Weil ich habe nichts reingeschmissen. Die sind halt einfach so. Und jeden Sonntag wird hier öffentlich gefüttert. Das war jetzt zum Beispiel das Zitronenweibchen. War halt jetzt super, dass sie da war. Weil wie gesagt, normalerweise kommen sie nicht so gerne hoch. Also haben quasi jetzt schon alle ihre Medizin bekommen. Und jetzt kann ich dann einfach nur noch füttern, wer kommt, wer Hunger hat. Nachschlag. Dann sind wir schon fertig. Das ist quasi jetzt unser letztes Stück. Dann schauen wir mal, wer noch kommt. Und er kriegt dann halt das letzte Stück. Titta. Aber Florian muss noch weiter. Jetzt gehen wir zum Krokodilen und füttern die Krokodile. Ja. Und die hier sind ja auch schon satt. Seit 1994 gibt's den Erlebnispark Meeresaquarium in Zellamelis. Ein beliebter Ausflugsort für die Region. Es ist das ehemalige Volkshaus der Stadt. In über 60 Aquarien können sich die Besucher die farbenträchtige Unterwasserwelt der Ozeane anschauen. Man kann auch Nemo finden und viele seiner Artgenossen. Hier dreht sich alles um die Bewohner der Meere. Das Einzige, was es hier nicht gibt, Erdmännchen. Aber dafür Seepferdchen und eine große Halle für Reptilien und Schildkröten. Da gehen wir jetzt hin. Die haben auch Hunger. Die Krokodile und Alligatoren. Und einer ist hier der heimliche Star unter den Hexen. Dreieinhalb Meter lang. Der Größte. Ihn füttert Florian natürlich zuerst. Respekt, wem Respekt gebührt. Das ist Cäsar. Cäsar stammt aus Leipzig. Der wurde damals getauscht gegen einen jüngeren Mississippi-Alligator, weil die Farrungsversuchen machen wollten und der eben schon zu groß war. Und was jetzt? Angeln? Ich versuche ihn anzulocken, damit er hier vorkommt. Wir versuchen, die Krokodile immer an einem Platz zu füttern, damit sie sich eben dran gewöhnen, dass auch die Krokodile eine Routine haben beim Füttern. Florian und Cäsar. Füttern ist Teamarbeit. Das ist natürlich auch zubeißen richtig, ne, Freundchen? Ach, jetzt hat er's. Beute erlegen. Versucht, es richtig zu legen. Also für sich am besten, dass er es einfach abschlucken kann. Er kann es ja quer nicht schlucken, weil es ja ein Knochen ist. Das ist ja eine Putenkeule. Deswegen versucht er es gerade zu legen, dass er es dann einfach abschlucken kann. Jetzt hat er's abgeschluckt. Das war jetzt Putenkeule. Jetzt kriegt er vielleicht noch eine Ratte. Das Mahl ist noch lange nicht beendet. Hat mehrere Gähe. Alles liebevoll kredenzt. Mit Spezialbesteck. Die Zange ist extra so konzipiert, damit er auch zubeißen kann und wieder leicht rauskommt. Weil, äh, die haben schon Zugkraft. Alles andere wird er mir aufs Hand reißen. Jetzt kommt der dritte Gang. Jetzt gibt's ne Forelle. Bisschen Abwechslung muss ja auch sein. Fisch zum Hauptgang. Und danach bekommen alle anderen hier ihre Portion von Florian. So geht das in Zellamelis. Die kommt, wie gesagt, ziemlich hoch. In den letzten Jahren hat sich die Rolle der Zoos und Tierparks mehr und mehr gewandelt. Arterhaltung gehört zu den wichtigsten Aufgaben. Und fast nirgendwo wird das so deutlich wie hier am Beispiel von denen, den Nashörnern. Um die Art zu retten, müssen die Zoos enorm gut zusammenarbeiten. So wie hier in Leipzig hält auch der Zoo in Magdeburg Spitzmaul-Nashörner. Und so wie hier gab es auch dort Nachwuchs. Der kleine Malte und Mutter Malaika. Der Jungsput hält seine Mutter ganz schön auf Trab. Die beiden sollen jetzt rausgehen auf die Außenanlage. Daniel Dreves ist hier in Magdeburg der Nashörnpfleger. Er hat jetzt allerhand zu tun, bis seine vier Nashörner alle draußen sind. Nicht so gut drauf ist zurzeit Mutter Malaika. Die hat jetzt ein bisschen Wumpfhauke, das ist auch normal. Die sind ein bisschen sickig hier. Was hat sie denn? Manchmal ist sie unzufrieden mit der Welt. Auch so. Ich denke mal, meistens, er will ja immer viel spielen. Man lässt sie nachts nicht in Ruhe. Man zieht halt manchmal ein bisschen viel drauf. Da ist sie, die gestresste Mutter. Äpfel als Motivation. So geht das hier bei Daniel jeden Morgen. Nase und A hier rein, da raus. Schieber A auf, dann zu. Dann schieber B und Nase und C nach A. Und, und, und. Ein bisschen Tetris am Morgen. Wir hatten hier Studenten hier. Die haben eine Zeiterfassung gemacht. Die, habe ich gesagt, die sollen mal eine Strichlichte machen. 127 Tore am Tag. Also immer aufzuhören. Ja, jetzt erst mal wieder auf. Denn weiter geht es mit Kumi. Die ist auch ein bisschen speziell. Die lässt sich immer gerne ein bisschen bitten. Lecker. Die große Geier-Voliere. Thomas Rolle, erkennt hier seine Spezies. Guten Morgen. Alle ausgeschlafen? Ja. Okay. Gut. Ja. Wir sind hier an unserer Geier-Voliere. In der wir drei Geier-Arten halten. Nämlich den Sperber, den Kappengeier und den Palmgeier. Früher war das mal unsere Elefantenanlage. Also die Außenanlage der Elefanten. Wir haben ja von 67 bis 2017 also hier Elefanten gehalten. Das war das alte Elefantenhaus. Und das war eigentlich die Ausanlage der Elefanten. Hier war mal ein großes Badebecken und alles. Hier haben wir noch einen Sekretär. Ja? Ein schöner. Sekretäre, was ganz Besonderes. Das war eigentlich die einzigsten Dreivögel, die sich eigentlich nur auf dem Erdboden fortbewegen. Die Bäume also höchstens mal zur Brutpflege auf, dass sie also ein Nest bauen. Aber sonst sind die also meistens am Boden. Fassen sehr gerne Schlangen oder eben auch mal so einen Küken. Und das Interessante an dieser Art ist, die töten also praktisch ihre Tiere mit ihren Beinen. Die hauen also richtig die Tiere mit ihren Beinen tot. Ja? Und tritt ja die Tee rohlich tot, seine Beute. Der Sekretär. Ja, und dann haben wir was ganz Interessantes eigentlich. Das sind die Sperbergeier. Das sind die großen Geier, die man also ganz oben loszieht. Ist also ein Geier, der es auf einen Weltrekord schafft, und zwar im Fliegen in der Höhe zum Beispiel. Der lässt sich also durch die Luftströme, durch die warmen Luftströme, lässt er sich so weit nach oben treiben, dass er also bis über 11.000 Meter kommt. Also höher als ein Hubschrauber zum Beispiel. Was wollen die denn da oben? Das ist der junge Palmgeier. Der ist also noch nicht umgefärbt. Ruhig ein bisschen dableiben, sonst kommt er nicht. Und dann nimmt er sich hier nämlich, so, dann nimmt er sich hier seinen Küken. Und nun muss Thomas weiter, auf seiner Morgenrunde. So, kommen wir mal hier zu unseren Warzenschweinen. Die werden gleich vor Thomas auf die Knie gehen. Beziehungsweise, dazu gleich mehr. Der Zoo Magdeburg. Er liegt in einem wunderschönen Park. Alles sehr weitläufig und stadtnah. Das besondere Highlight ist Afrikambo. Seit Juni 2017 fertig. Afrikas Tierwelt kann hier auf einer gut zwei Hektar großen Savannenlandschaft bestaunt werden. Unter anderem die vier Elefantenbullen. Mojo, Hung, Vekando und Uli. Solche Jugendgruppen sind wichtig für die Nachzucht bei den Elefanten. Denn oftmals können andere Zoos nur einen Bullen halten. Und eine weitere Besonderheit. Man kann im Elefantenhaus vor den Traualtar treten. Der Bund fürs Leben, für Dickhäuterfans. Flachlandtapiere, sehr kurzsüchtig, aber können auch super riechen. Blutbrustpaviane. Sehr seltene Affen aus Äthiopien. Auf deren Anlage ist immer was los. Die weißen Löwen im Magdeburger Zoo. Im vergangenen Jahr gab es hier Nachwuchs. Die drei Kleinen sind jetzt ein Jahr alt. Stormy, die Tigerdame, benannt nach einem Sturm der Blies, als sie geboren wurde. Und viele, viele andere natürlich. Und richtig. Die Hirten. Hier bei Kumi. Und da hilft nur streicheln. Und gut zureden. Das mag sie gerne. Geschafft. Drei von vier. Geht sie auch wirklich raus? Ja. Ja, heiliges Kind. Und die jetzt noch den hier. Erst duschen, vorm rausgehen. Man macht sich immer so dreckig. Madiba. Der Zuchtbulle. Für die Zoo-Population ist ein sehr wertvolles Tier. Weil er kommt halt als Direktimport aus Südafrika. Das heißt, seine Jäme sind noch kaum vertreten in der Zoo-Population. Große Borkinder haben wir uns da, weil er schon von ihm gekriegt. Ein bisschen verbreitet hat er sich schon. Aber es hat alle Jäme vertreten wertvolles Tier. Also eigentlich ist jedes Narzern wertvoll. Aber er ist halt in seinen Erbanlagen relativ selten noch vertreten. Daniel macht hier einen wichtigen Job für die Arterhaltung der Nashörner. Denn es sieht allgemein nicht gut aus. Die letzten Schätzungen waren bei 2000 draußen irgendwo. Die ständig sinken die Zahlen. Weil die Wilderei sprunghaft gestiegen ist in den letzten zwei, drei Jahren. In der Zoo-Population sind wir unter 1000. Das ist fast nichts. Damit kann man eigentlich nicht viel erreichen, wenn man eine Arterhalten will. Umi hat da entdeckt, regelmäßig. Da hoffen wir, dass es geklappt hat. Malerika hat ja nur den Sohn von ihm. Magdeburg tut seinen Teil für die Arterhaltung. Wenn man sich dann die Zahlen draußen anguckt, dann kriegt man Angst. Wenn die dann vielleicht irgendwann wirklich mal draußen komplett weg sind, ist es halt die Frage, ob man mit den paar, die weltweit im Zoo sind, ob man die Arter wirklich dauerhaft halten kann. Das muss man sehen. Wir arbeiten dran. Ja, es braucht die Zusammenarbeit aller, um das Überleben wenigstens hier in den Zoos zu sichern. Daniel Drewes ist in Magdeburg zumindest ein kleiner Schritt gelungen. Mit Malte. Die Warzenschweine wissen, jetzt gibt's was. Zur Morgenkontrolle von Thomas Rolle. Wir haben hier fünf Warzenschweine bei uns, mit Mutter und Vater natürlich. Vater erkennt man, hat die längsten Hauer. Das ist das Weibchen hier vorne. Bisschen kleiner, zierlicher. Und das andere sind alles die Jungtiere. Sind letztes Jahr am 19.04.19 geboren. Nur was bei Ihnen besonders ist, die gehen zum Fressen auf die Knie. Denkt man. Fass mal auf. So, wir gucken mal. So. So, und jetzt kann man es wunderbar sehen. Der eine hat sich also praktisch schon auf die Handgelenke runter hier kniet, sozusagen, um praktisch tiefer runter zu können. Das sieht wirklich aus wie hinknien. Ist es aber nicht. Da sieht man es auch nochmal schön. Die knien sich ja immer hin, so sieht der Besucher das, dass das Warzenschwein sich hinkniet. Kniet sich natürlich nicht hin, weil vorne ja im Prinzip keine Knie. Das sind die Handgelenke. Der geht also auf den Handgelenken runter, hat die Bewandtnis, dass die sehr hochbeinig sind, kurzen Hals haben und meistens nicht ans Futter kommen. Die graben sich ja im Prinzip Wurzeln aus und knollen, wie auch immer. Und dazu müssen die sich also praktisch auf den Handgelenken ablassen und dazu kommt der eben besser ans Futter. Dann haben die richtig so eine Schwielen praktisch an den Handgelenken, sozusagen, dass das auch nicht so weh tut, dass das auch kein Fell mehr drüber. Das ist also wie bei uns, wenn man da so schwere Arbeit hat und dann diese Schwielen dann immer stärker werden. So muss man sich das vorstellen. So sieht das aus. Jetzt geht er runter. Zack. Ja. Also du bist der Chef und ja. Wieder was gelernt. Fassen wir nochmal zusammen. Also wie gesagt, das sind die, das sind, das ist das Knien und heißt eigentlich ist normal auf den Handgelenken laufend. So, runter gehen. Und wenn mal die Ein-Millionen-Euro-Frage kommt zu Warzenschweinen, wo rufen sie Thomas Roller an? Zu Magdeburg. Als nächstes geht es in den Tierpark nach Görlitz. Der liegt direkt an der Grenze zu Polen und von dort kommen auch viele der Besucher, menschliche wie tierische. Denn der Tierpark in Görlitz ist bekannt für seine Wildtier-Auffangstation. Manu Kleemann und Kathi Sommer, Kontrolle, Störche zählen. Alle da? Diese Tiere wurden ihnen gebracht, wenn sie irgendwo entkräftet oder verletzt gefunden wurden. Die sind alle über die Wildtier-Auffangstation zu uns gekommen und haben verschiedene Verletzungen, die eben nicht wieder geheilt werden können. Also man sieht das bei einigen, die rumpeln noch oder die haben eben den Flügel abgestellt. Die können nicht wieder ausgewildert werden und bleiben deshalb bei uns. Aber die können sich immer noch fortpflanzen und wir haben zum Beispiel, das sehen wir dann, zwei Jungstörche, die jetzt bald ausgewildert werden, die von unserem gelben Störchenpaar hier sind. Und morgen schon sollen die Kinder von denen in die Freiheit entlassen werden. Ein großer Tag hinter den Kulissen, alles bereit. Hier sind jetzt die zwei Jungen von den unten. Ein letzter Blick. Mal kurz gucken, wie sie hier panisch werden. Vorsichtig. Die wurden alle beringt vom Storchenbringer. Und sollen dann morgen hoffentlich gut durchstarten. Die haben es geschafft. Also die haben ihre Chance. Ob sie es geschafft haben, weiß man nie. Aber man hat sein Bestes gegeben und mehr kann man halt nie machen. Alles, was die Leute so draußen finden, können sie halt hier abgeben. Wir versuchen das aufzuziehen oder gesund zu pflegen und dann wieder dahin zu entlassen, wo es hingehört. Zurück zu Mutter Natur. Hier nun ein ganz spezieller Patient. Ab und zu kriegen wir auch Seeadler. Der wurde also geschwächt am Boden aufgefunden, dass er nicht mal wegfliegen konnte. Jetzt geht es ihm schon viel besser. Wir füttern den jetzt auf und dann kriegt er nochmal seine Chance und wir lassen den wieder raus. Toi, toi, toi. Aber Manu hat auch einen Liebling. Den hat sie von klein auf groß gepäppelt. Der wurde rausgeschmissen, kam als so kleines Storchenküken, völlig unterkühlt, völlig verängstigt. Hat erstmal eine Weile Rotlicht gekriegt und immer schön zu essen. Und jetzt ist er schön groß. Na, du alter Strolch. Du sollst essen und mir die ganzen Wespen hier hinlassen. Hm? Du Klon. Du bist kein Baby mehr. Es gibt nichts Schöneres. Der größte Dank eigentlich, wenn man sie wieder freilassen kann. Mehr braucht man nie. Irgendwann wird er vielleicht hoch über uns seine Kreise ziehen. Dank Manu. Der Naturschutztierpark Görlitz-Sgorzellet liegt direkt an der Grenze zu Polen. Liebevoll geführt, klein und persönlich. Mit seinen nur 5 Hektar Fläche gehört er zu den kleineren Zoos in Deutschland. Das Highlight, die Themenwelt Tibet. 2006 eingeweiht. Hier gibt es Kamele und natürlich die für Tibet ganz typischen. Yaks. Ein anderer Name, Grundsochse. Wegen der Laute, die sie von sich geben. Die Tibet-Schweine. Eine Kreuzung zwischen europäischem Wildschwein und chinesischem Mastenschwein. Eine lange Geschichte. Ja, und die gibt es auch in Tibet. Der Alpenhang von Görlitz. Mit Alpensteinböcken und Murmeltieren. Und der Oberlausitzer Bauernhof. Damit Stadtkinder mal richtiges Landleben sehen. Ein besonders skurriles Highlight. Beim Toilettengang kann man den Kängurus zuschauen. Und umgekehrt. Und natürlich gibt es noch viele andere Arten. Und keine Erdmännchen. Aber die hier, genauso lustig. Zebramangusten in einer ziemlich ungewöhnlichen Anlage. Manu und Kathi auf dem Weg zu anderen Schützlingen. Auch die hat Manu teilweise großgezogen. Das ist ein Flaschenkind. Die wurde auf dem Acker gefunden. Als kleines Baby. Augen zu noch. Völlig unterkühlt. Dann haben wir den Leuten gesagt, die sollen das mal eine Stunde liegen lassen und warten. Ob die Mama die vielleicht bloß verloren hat, weil sie gestört wurde. Ja, aber es ist dann nichts passiert. Es war kalt. Es war dunkel. Und am Ende hätte sie auch bloß irgendein anderes Raubtier gefressen. Deswegen haben wir gesagt, einsammeln. Dann ein Flaschenkind. Und erst stand halt noch ein bisschen so in Frage, ob wir sie wieder freilassen. Andererseits sind aber die Reviere schon so voll, dass wir die Genehmigung gekriegt haben, dass wir sie behalten dürfen. Da kommt ein Waschbär. Wo denn? Da, wo die Emma herkam. Wo die Emma herkam? Wer kommt denn? Der Pauli. Der ist halt blöd irgendwo mal hängen geblieben, eingeklemmt. Und wir wissen aber nicht so richtig, wo und wie wurde er auch behandelt. Pauli. Wir haben sechs Waschbären und zwei Fischotternpärchen. So, und wo ist der Rest der Bande? Müssen wir mehr rufen. Eddie! Langsam kommen sie alle. Und der Bruno ist auch da. Super. Sie sind alle mit Manu. Sehr vertraut. Super, mein Kind. Hier, Belohnung. Warte, was, jetzt hast du Angst? Ach, du bist die ganze Schüsse. Entschuldigung. Ich mit einer Weintraube. Oskar, lässt du noch ein bisschen was drin für andere? Das sieht nicht so aus. Chemnitz ist ein Beispiel dafür, dass sich Tierparks und Zoos mehr und mehr spezialisieren. Nicht alle Tiere müssen überall gehalten werden, sondern besondere Arten. Das Vivarium in Chemnitz. Ein ganz spezielles Häuschen. Jan Klösters kennt als Zoopädagoge hier alle seine Schützlinge. Hier gibt es ausschließlich Amphibien. Tiere, die sich nur in Gewässern fortpflanzen können. Das Vivarium ist wirklich was Besonderes, kann man wirklich so sagen. Es sind über 70 verschiedene Amphibienarten. Und das gibt es europaweit in keiner anderen zoologischen Einrichtung. Also das ist schon so unser Alleinstellungsmerkmal. Und den Gesellen gibt es auch nicht so oft. Den chinesischen Riesensalamander. Also in Deutschland sind wir, glaube ich, eine von fünf Einrichtungen insgesamt, die überhaupt diese Tiere halten. Dieses Tier lebt seit circa 170 Millionen Jahren auf diesem Planeten und hat sich seitdem eigentlich kaum verändert. Also das ist eigentlich ein lebendes Fossil, wenn man so will. Und der Riesensalamander ist ein bisschen anders als andere Tiere. Das Besondere bei den Riesensalamandern ist ja tatsächlich die Hautatmung. Die meisten Amphibien atmen auch zusätzlich über die Haut, aber benutzen dann trotzdem ihre Lungen. Bei denen haben die Lungen nicht die Funktion der Atmung, sondern die dienen quasi nur wie beim Fisch als Schwimmblase. Dass sie so ein bisschen auch das Level im Wasser regulieren können damit. Die atmen tatsächlich ausschließlich über die Haut. Meistens machen die aber auch nicht viel mehr als atmen. Seit Millionen Jahren. Aber wenn sie sich dann bewegen, dann ist das durchaus auch eindrucksvoll, weil man dann auch einfach auch erkennen kann, was das für eine Größe ist. Also ich kann jetzt nur schätzen, aber ich würde schon sagen, es sind so zwischen Meter 20, Meter 30. Katrin Hohmann will den Riesensalamander jetzt mal aus der Reserve locken mit Futter. Das ist Rotfeder, ein Süßwasserfisch. Riesensalamander fressen auch Regenwürmer und Kleinkrebser, aber bei uns Rotfeder. Normalerweise leben sie ja nur Träger rum. Aber wenn es Fisch gibt, dann schnappen sie zu. Volotja im Tierpark Chemnitz. Philipp Maggraf hat jetzt was mit ihm vor. Premiere, er soll was jagen gehen. Das ist Pferdefleisch. Und den Braten hat Volotja schon gerochen. Er soll sich aber gleich dafür anstrengen. Wir haben jetzt hier vor zwei Wochen so eine Apparatur auf der Anlage gebaut, um zu gucken, dass er auch mal ein bisschen seine Sprungkraft und seine Muskulatur in den Hinterbein aufbaut. Und da wollen wir heute das erste Mal testen, ob er das überhaupt akzeptiert. Die Apparatur, die kennt er schon. Und jetzt mal gucken, ob er es mit Spielzeug auch macht. Das ist aber ein Fragezeichen bei ihm. Dadurch, dass er ja doch ein bisschen mimosig ist, ob er das überhaupt heute macht oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ja, das werden wir dann sehen. Philipp, kurbe das Ganze ganz schön hoch. Aber Tiger können ja gut springen. So, dann würde ich ihn jetzt rauslassen. Na dann. Die Stunde der Wahrheit. So, Volotja. Immer der Nase nach. Der Tierpark Chemnitz öffnete erstmals 1964 seine Tore als Heimattierpark. Mittlerweile gibt es hier viele Exoten. Zwei Arten Zebras. Das neue Tropenhaus mit fast 1000 Quadratmetern Regenwald. Und hier, da leben auch die, die Zwergflusspferde. Die Patty kommt aus Leipzig und ist 2002 zu uns gekommen. Und verträgt sich mit unserem Bingo eigentlich ganz gut. Der jetzt gerade dort um die Ecke kommt. Der Bingo kommt aus Barcelona. Und das ist das Faultier Katrin. Die mag keine Männer. Warum auch immer. Kamele. Der Maranul, der in bis zu 5000 Metern Höhe anzutreffen ist. Rosa Flamingos, die sonst in Südeuropa zu Hause sind. Und diese stacheligen Genossen und Bärenmakaken. Die im Alter, wie wir Menschen, eine Glatze bekommen. Bei denen aber Männer und Frauen. Und natürlich war ja klar, die hier. Die sind aber auch. Katrin Hohmann, Fütterung und Fitness. Für den Riesensalamander. Das war zu schnell. Das war zu schnell. So, ich versuche ihn jetzt vorzulocken. Die sind auch schon. Ja, gleichzeitig kann man auch die Haut kontrollieren aus Verletzungen. Weil sonst das Tier sich den ganzen Tag eigentlich unter der Aussparung aufhält. Und jetzt wird er mal ein bisschen aktiv. Das sieht man auch die ganze Größe von dem Tier. So, und jetzt hat er ihn zugeschnappt. Ein Riesensalamander ist kein aktiver Jäger. Die sind ja nachtaktiv. Wenn es dunkel ist, bewegt er sich im Flussbett entlang. Er frisst dann eben Kleingräpse, Würmer, Schnecken. Und ein Fisch wird gefressen, der krankheitsbedingt langsamer schwimmt. Ein Riesensalamander wird nie im Fluss entlang ein Fisch gezielt hinterher schwimmen, wie jetzt ein Jagdtier machen würde. Ein bisschen frech an die Manzion. Er reagiert eben besser, wenn der Fisch sich bewegt. Wenn er so tot im Wasser liegt, ist das nicht so. Ne, den musst du wirklich zum Jagen tragen. Jetzt ist er satt und zieht sich wieder zurück. Zum Atmen. Durch die Haut. Zum Übrigen, der fünftige Pferde-Fleisch. Er hat auf jeden Fall schon mal gesehen, dass da was dranhängt. Mal gucken, was er dann macht. Er ist auf jeden Fall ein bisschen neugierig, aber auch ängstlich, wie man sieht. Aber da scheint er sich ja jetzt für doch mehr zu interessieren. Und springt auch mal ran, aber naja, nur mal kurz erholt. Er traut dem Ganzen nicht, weil sonst muss er ja nie springen. Der braucht sich ja in den Gehegen immer nur aufrichten, dann hat er es. Hier muss er mal ein bisschen was machen. Jetzt guckt er dann noch mal, was da so dran ist. Das ist einfach zu verlocken. Erfolgreich. Und es hat gehalten. Na, sehr schön. Das erste Mal wunderbar. Definitiv. War schön, dass es nicht beim ersten Mal vor allem auch geklappt hat, sondern dass er ein bisschen springen musste. Und ein bisschen austesten, was geht mit dieser Apparatur und was nicht. Weil es kann sich theoretisch ja sogar noch drehen. Mal schauen, wie es dann die nächsten Male mit etwas schwierigerem Spielzeug wird. Zum Jere gelungen. Definitiv. Der Tierpark in Gera wurde vor fast 60 Jahren als Tiergehege für zunächst nur einheimische Tierarten gegründet. Doch dann hat man sich dort so ein bisschen spezialisiert. Nirgendwo sonst, im Sendegebiet, gibt es so viele Tiere aus Skandinavien und eine Eisenbahn. Die Elche im Tierpark Gera. Die größte lebende Hirschart. Über zwei Meter groß werden die und drei Meter lang. Zwei Kühe, ein Bulle, leben hier. Die müssen wir zuerst mal in den Stall sperren. Rainer Borg und Kerstin Leser müssen ihre Schützlinge täglich versorgen. Wir bereiten uns den Stall vor. Dann sperren wir die drei ein. Und danach kommen wir auf die Anlage, dass wir frisches Laub raustun, die Anlage reinigen und danach dürfen sie wieder raus. Die haben zurzeit richtig Hunger. Es ist Spätsommer. Sonst würden die hier nicht stehen. Erstaunlich, dass sie jetzt so nachankommen. Vom Winter futtern die sich immer Speck an. Kerstin füttert aber auch ihre Leibspeise. Knäckebrot liegt drin, das ist reichlich. Zoopellets, Graskops und Elchpellets, die speziell für die Elche sind. Jetzt sollen die drei hier in den Stall. Mira! Nee, warte, auch Bianca. Bernhard und Bianca gehen schon. Nur Mira will noch nicht. Wir müssen mit der Mira rausgehen. Müssen wir noch auf die Kleine warten? Jetzt müssen wir alle noch ein Stück zurück. Die ist immer ein bisschen schüchtern. Mira kommt nicht rein, wenn jemand in der Nähe ist. Keine Chance. Ich glaube, die will nicht. Na toll. Vielleicht jetzt? Mira, los jetzt! Manchmal hilft es auch, wenn man einen großen Anschnurzer gibt. Meistens aber nicht. Will nicht. Aber dann, jetzt. Gut, ist es drinne. Nee, 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 die dreht. Doch nicht drinne. Hat sie sich's anders überlegt. Die kommt wieder. Der Waldzugera macht seinem Namen alle Ehre. Er liegt wirklich in einem dichten Wald. Und mitten da durch fährt die Pionier-, äh, Parkeisenbahn. 800 Meter hin und zurück, quer durch den Wald. Es gibt Rentiere aus dem ganz hohen Norden mit ganz flauschigem Geweih. Den Luchs, einen der größten Räuber in Europa. Dann wild, ein ganzes Rudel. Und der Löwe, das Wappentier von Gera. Und der Löwe, das Wappentier von Gera. Eine begehbare Affenanlage und allerlei andere Tiere. Erdmännchen gibt's hier nicht. Dafür aber eine Eisenbahn. Hier, immer noch warten auf Mera. Doch dann geht sie. Und jetzt schnell. Jetzt muss man leise sein und viel Geschick haben, um die Tür zuzukriegen, ohne dass es wieder rausgeht. Mera, jetzt ist aber gut, ne? Oder laut schimpfen. Alle Äsche drinne. Super. So, jetzt gibt's frisches Laub. Jetzt geht die eigentliche Arbeit erst los. Das alte, abgefressene Laub. Raus. Das gibt's jeden Tag, gibt's was Neues. Und Neues rein. Das ist Dahlweide. Das Beste, was es gibt für Elche. Aber es muss hoch. Elche fressen nicht vom Fußboden. Oder ganz schlecht. Nur wenn's unbedingt sein muss. Die wollen alles schön hochgehängt haben. In Augenhöhe. Puh, pängelige Feinschmecker. Und es darf auch nicht dreckig sein. Das mögen sie nicht. Ja, es wär dann angerichtet. Für die feinen Herrschaften. Fehlt nur noch Bernhard. Ach, zieh nicht so ein Gesicht. Der mag lieber Knäckebrot. Das ist das, was wir jeden Tag früh machen hier. Aber sie machen's natürlich gerne. Die sind richtig schön, ja. Elche sind meine Welt. Ja. Ja, wunderschön. Die Elche aus Gera. Hier im Leipziger Zoo gibt es die asiatischen Elefanten. In Halle leben ihre Verwandten, die afrikanischen. Die haben wesentlich größere Ohren als die asiatischen. Und bei den afrikanischen Elefanten haben auch die Weibchen Stoßzähne. Jedenfalls kann ich mir so die Unterschiede immer merken. Anja Eschke und Axel Boas beim morgendlichen Training. Das kleine Elefantenmädchen Elani ist jetzt ein Jahr alt und muss in die Elefantenschule. Sie lernt jetzt quasi erst mal, dass sie bei uns natürlich auch immer was Schönes kriegt. Und wir haben jetzt seit ein paar Wochen angefangen, mit ihr zu klickern. Das heißt, sie bekommt Futter im Mund und es wird geklickt. Damit assoziiert sie quasi diesen Zwischenton. Und das bedeutet für sie dann, dass sie das richtig gemacht hat, was sie gerade gemacht hat. Und dass es darauf Futter folgt. Darauf kann man dann irgendwann später das ein bisschen variieren. Indem man nicht immer gleich sofort zuttern muss. Sondern einfach nur klickt und dann später füttert. Ella. Lehrerin Anja. Elani ist quasi 1. Klasse. Elefantengrundschule. Scherz. Nebenan die weiterführende Schule mit Lehrer Axel. Das ist quasi für den Turbocolose-Test. Da trainiert man quasi eine Rüssel-Skühlung. Low. Genau. Das ist jetzt meine Probe in der Ernstfeier. Wand ab. Hier seht ihr nochmal die schönen Wackenzähne. Die macht sie im Prinzip auch auf. Links und rechts. Der Zahn schiebt immer ständig nach. Oh, eine feine. Das muss Elani alles noch lernen. Und dann kann man mit ihr quasi spülerisch so die ersten Sachen machen. Das ist positive Verstärkung. Also Training, wo man nur quasi belobt. Indem man ihr zum Beispiel Futter gibt. Und es gibt keine Bestrafung. Wenn irgendwas nicht gemacht wird, wird es einfach nur ignoriert. Und es wird dann versucht, ein neuer Ansatz damit zu finden. Bis dann irgendwann man wieder belohnen kann einfach. Also so eine Schule wünscht sich ja wohl jeder. Nur Lob, kein Tadel. Das heißt, selbst wenn sie mal keine Lust haben am Training, ist es überhaupt nicht schlimm. Moderne Elefantenpädagogik. Und gleich geht's raus zum Baden. Die Humboldt-Pinguine im Zoo Halle. Aufgeregt, es gibt Fisch von Gabi Boras und Christian Markus. Die Pinguinzucht hier, sehr erfolgreich. Wir ziehen also wirklich jedes Jahr super nach. Da ist dort so Halle wirklich immer gut dabei. Wir halten die seit 1974. Und züchten da eigentlich auch gut. Die können wir ja nicht alle behalten. Die gehen dann also in andere Zoos. Wer ist eigentlich wer? Und wie kann man die auseinanderhalten? Bei den Humboldt-Pinguinen ist das ja nicht so schwierig. Die haben ja auf dem Bauch dieses lustige Punktmuster. Und da hat quasi jeder so sein eigenes. Das gibt es also kein zweites Mal. Und so kann man die auseinanderhalten. Viele denken ja immer, wir zählen die Punkte. Aber die Arbeit machen wir uns nicht. Wir merken uns da einzelne Konstellationen. Und die Punkte dann irgendwelche Muster für uns ergeben. Die Pinguin-Sternbilder. Der eine hat einen großen Wagen auf dem Bauch. Der andere einen kleinen Bären. Muss man sich nur noch merken. Okay, also Erika finde ich jetzt ein bisschen einfacher. Die hat dieses Zeh. So auf dem Bauch zum Beispiel. Und so kann man die einfach auch schön auseinanderhalten. Der hier ist Andreas. Der hat einen schiefen Schnabel und hat so ein Tee. Ein kleines Tee. Diese drei Punkte und dann den einen nach unten. Also ist recht einfach. Ach, Tee. Wie Andreas. Tee wie Andreas. Genau so. Leichte Eselsbrücken sind nicht für uns. Und es wird ja noch komplizierter. Denn auch Männchen zum Beispiel haben Frauennamen. Zum Beispiel Anke ist eigentlich ein Mann. Liegt daran, dass wir die Namen immer schon vorher vergeben. Bevor wir also wirklich wissen, was es ist. Klar. Der Mann Anke. Das ist Anke. Kommt jetzt gerade an. Erika ist dann die Frau. Die zwei gehören auch zusammen. Mann Anke, Frau Erika. Aber es gibt auch Männer mit Männernamen. Wir haben ja auch Axel. Das wollte ich nicht sagen. So hoch erwischt. Wer ist denn Axel? Mann oder Frau? So heißt der Mann. Ein sehr schöner, stadtlicher Mann. Mehr geht nicht. Der schönste wahrscheinlich für dich. Der schönste und kräftigste. Das ist ein Chaos hier. Und zu allem Überfluss kommt noch Kuratorin Caroline Albig. Mit einem Spezialauftrag. Das sind die Kinguine von 2019, den Nachwuchs. Der kommt ja nach Hoyerswerda. Ja. Und die holen die am zweiten ab. Und die haben mich gebeten, dass wir denen diese Namen zuordnen. Und dass die die Tiere dann erkennen. Das ist Fredi. Genau, Fredi ist zum Beispiel einer. Und da man das ja nur an dem Pumpmuster auf dem Bauch erkennt, wäre es schön, wenn wir von denen ein Bauchfoto machen könnten. Entspannend, entspannend. Fredi, also Fredi, ich mache jetzt ein ganz schickes Bild von deinem Bauch. Damit die Kollegen in Hoyerswerda dich auch erkennen und wissen, dass du Fredi heißt. So, einmal ein schönes Bauchbild. Und das schicke ich jetzt direkt zum Kollegen. Und da könnt ihr schon mal üben in Hoyerswerda. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So. Das frage ich dann in vier Wochen vom Kollegen ab. Ob er sich das auch gemerkt hat. Der wird sich nur diese Dreierkette machen. So würden wir es mal. Also so haben wir es immer. Jetzt müssen die nur noch wissen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Der Fredi. Gabi und Christian müssen jetzt weiter zu den Robben. Training. Der Zoo Halle ist der einzige sogenannte Bergzoo in Deutschland. Warum? Das sieht man ganz gut aus der Luft. Er liegt, na klar, auf einem Berg. Von hier oben hat man eine tolle Aussicht. Der höchste Punkt in Halle. Und wenn man so um den Berg herum schlendert, dann trifft man unter anderem die hier. Die drei Hausjacks Bert, Juri und Jule. Außerdem einen Steppenfuchs. Rote Pandas. Einen Erdwolf. Bläßböcke. Und sie, Cindy, die alte malayische Tigerdame. Weißgesichts-Sarkis. Einen persischen Leoparden. Einen Leoparden. Goldtakine. Löwenmann Akinda. Lorenzo, den Ameisenbären. Und Zebras. Aber natürlich Bergzebras. Passend zum Bergzoo. Und leider ist sie nach unseren Dreharbeiten verstorben. Paula. Das älteste Faultier der Welt. Sie wurde 51 Jahre alt. Stand sogar im Guinness Buch der Rekorde. Wer im Zoo aber wirklich das Sagen hat, ist er Garfield, der Zoo-Kater. Und natürlich gibt's hier auch. Sie wissen schon. Anja Eschke und ein Auftrag. Elefanten ins Wasser locken. Nicht leicht. Der kleine Ajo ist wasserscheu. Der Trick. Eigentlich gehen Elefanten ja bei Regen ins Wasser. Aber da hilft Anja ein bisschen nach. Mal sehen, was passiert. Ich versuche ihn auch immer mal so ein bisschen reinzulocken. Indem wir die Äpfelchen etwas weiter wegschmeißen. Äpfel auch noch. Aber Ajo wollte noch nie. Ja, kann man so. Also nicht ganz vier Jahre. Das erste Jahr lässt man sie ja doch in Ruhe. Und wenn er nicht mal reingeschubst wurde, war er da nie freiwillig drin. Er sagt, er wurde schon in den drei, vier Jahren schon ein paar Mal reingeschmissen. Von den anderen Kühen. Da war er dann auch drin. Da war er da auch sehr empört darüber. Und wollte ganz schnell wieder raus. Nee, Wasser ist nicht so seins. Aber was macht er denn jetzt? Seine Mama reinschubsen? Ach, das schafft er noch nicht. Nee, sie wollte jetzt rein wegen den Äpfeln. Sicher? Das schafft er noch nicht vom Gewicht. Aber er ist schon ganz frech. Also hat die Mama schon gut im Griff. Und die ist ganz froh, weil in Ruhe ein Bad zu nehmen. Die Mutter. Und das ist Vater Abuch, genannt Sperrmagott. Er hat schon ganze Heerscharen, Elefantennachwuchs gezeugt. Na ja, er ist ja Vater von zwei Töchtern hier in zur Halle. Und von unsern Arjo, den wir hier sehen. Und hat schon mehrere Spermaproben abgegeben und ist auch dadurch Vater in anderen Zoos schon geworden. Der mächtige Abo. Aber baden tut er auch nicht. Die Elefanten in der Halle. Mittlerweile haben der kleine Arjo und Mutter Pania den Zoo verlassen. Richtung Hodenhagen. Die Robben nimmt zur Halle. Molly und der kleine Keto. Neugierig sind sie. Und spielen gerne. Das nutzen Gabi Boas und Christian Markus jetzt aus. Für ihr Training. Wir kontrollieren einen ganzen Gesichtsbereich. Maul-Rachen-Kontrolle nennen wir das. Wir gucken nach den Zähnen, nach den Augen, nach den äußeren Ohrmuscheln. Ist also auch eine sehr wichtige Übung, die immer am Anfang stattfindet. Was Sie vertrauen, Markus? Total. Und für die Kooperation bekommen Sie natürlich Fisch. Und weiter geht's. Molly. Das ist jetzt der zweite Teil vom medizinischen Training. Und dass das Tier jetzt angehalten, sich ganz plach auf die Übungsfläche zu legen. Und wir können den gesamten Körper uns betrachten, abtasten, auch mal hinten Flossen, Fell, ob da irgendwelche Veränderungen da sind. Und wie gesagt, die Tiere müssen halt wirklich dann auch das ertragen, still liegen bleiben, nah sind wir schön am Target. Ja, sehr gut. Das ist für Keto noch eine ganz anstrengende Übung, weil der eben nervös ist und noch jünger ist. Aber wir sind jetzt wirklich schon so weit, dass er sich auch auf den Rücken legen lässt. Dazu gehört also wirklich viel Vertrauen, was er uns da entgegenbringt. Und da sind wir wirklich sehr stolz auf ihn. Gibt dafür eine Belohnung. Und jetzt geht's los. Los und... Jihau. Keto, los, los. Richtig noch einmal zu. Und jetzt der spielerische Teil. Sehr schön. Der springt lieber andersrum. Und da hat jeder so seine eigene Methode. Ja, was ich... Hi, Molly. Beide gefragt. Zum Glück ist es heute windig. Ah, super. Sehr gut. Für beide einen Applaus. Das ja auch in Frisch nehmen. Ein erfolgreiches Training hier in Halle. Das war unser Elefant, Tiger und Co. Spezial, die Zoosafari durch drei Länder. Natürlich gibt es im Sendegebiet noch mehr Zoos und Tierparks. Vielleicht schauen wir da ja beim nächsten Mal vorbei. Mehr Spezialausgaben finden Sie in der Mediathek. Und nächsten Freitag kommt Elefant, Tiger und Co. wieder wie gewohnt hier aus dem schönen Leipziger Zoo. Bis dahin. Tschau. Und jetzt die Quizfrage zum Schluss. Haben Sie es sich gemerkt? In welchem der Zoos gab es Erdmännchen? Nicht? Auch nicht so schlimm. Nächsten Freitag wieder Elefant, Tiger und Co. Bis dann.